her um eine freunde so meine freunde es soll ich habe er zu früh gestartet glaube ich ebenso so 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 meine freunde nun es ist wieder so weit mit der weiße abonnenten keine Ahnung wie er heißt ich kenne ihn nicht so privat jetzt dann weiß ich nicht mit den meisten gespielt da heißt ihn und da steht er keine Ahnung kenne ich nicht also ich weiß nicht schätze man kennt ihr ihn ich kenne ihn nicht ähm ich bin jetzt auch nicht der ich kenne ja nicht jeden YouTuber also daher ja ich bin heute auf der High-Feeder so weit im Sex mit Alter und ich merke ich habe bei mir das Teil hier noch ähm Tu meine Items doch angehabt sorry lag daran weil ähm normal habe ich das ja nicht an aber es war einfach so dass ich halt vorhin vorhin habe ich was getestet hab das dann einfach vergessen auszuschalten Ruhe Steinswort ja der kam dann einfach vorhin mal so drauf und keine Ahnung wie gesagt ich kenne ihn nicht so jetzt direkt privat ja Brustkorps hat gedacht um das ist unser Ende unser Ende gekommen Ende wir sprinten jetzt ganz elegant mal zum äh also halt zum Strand Dings da ja ich habe in den Kommentaren wir haben manchmal in den Posteingang geschrieben und haben geschrieben ich soll nicht mehr so viel labern äh oder ich soll halt nicht mehr so weißt du ich hab das so gemacht du ja das liegt daran einfach ich bin ein bisschen ähm hyperaktiv ne ne ich bin nicht hyperaktiv äh weiß nicht also keine Ahnung ich rede halt einfach gerne die Kiste öffnet du wo 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 Friede Friede alter ich hab grad gedacht so da will mich nicht ich will mich jetzt killen ich kann nicht so verhüben oh man man weiß ja nie du exau du ich hab nie ich will ich mach jetzt mal mit dem Team troppen tropp mich tropp mich tropp mich oh noch so harter hier ich tropp mich hier ich tropp mich ja ich kling oh ne jetzt schwimmst du da unter was ne ne es geht bei ah jetzt schreibt mich hier Terry Games schreibt mich gerade auf das ist das ist man froh und dort können er auf den nur ein bisschen nicht die 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 auch die beste Rüstung gut er schreibt mich die ganze Zeit an scheiße doch tot 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 ähm schuhe Alter, wieso schreibt er mich jetzt die ganze Zeit an, Mann? Hör auf, mich anzuschauen. Das ist mal wieder typisch. Ich glaube, ich muss das mal ausstellen. Der nervt mich nämlich. So. Ich täusche hier gerade mal aus, schnell. Ein Eisen haben wir. Juhu. Komm. Ähm, ich tue hier gerade mal so ein bisschen sortieren, ne? Essen. Wegschmeißen. So. Ich nehme mich langsam auf den Nerven, der Terry Games, ey. Ey, geht ja nicht. Aber der muss mich anschreiben, ne? Also, das ist ja jetzt Let's Play. Wir haben die das gemerkt. Da ist ihm das ein, der Uhrenwerk. Gut, stehen wir mal jetzt platt. Ich glaube, ich sollte mal die Angel hinter das TNT legen. Walschen. Hm, gibt's da was Wichtiges? Gibt's da was Wichtiges? Oh nein, ich hab ihn gekillt. Nein. Nein, jetzt ist er tot. Das hat schon böde gemacht. Böger. Böger Fuchs. Böse Fuchs, bitte. Äh, böse. Dass hier aber noch niemand warf, wundert mich ein bisschen, weil normal sind die Schiffe ja als Erste immer geblündert. Regt mich jetzt auch ein bisschen auf. Ne. Aber, ist besser für uns. Wir bekommen Kischstämmen. Kischstämmen. Okay, da geh ich nicht hoch. Alter. Geht's drunter unter das Deck mal, weil meine Nase kratzt. Ich hab grad gedacht, wenn man... Schreibt, guckt das, ne? Das ist ja geil, dass hier noch niemand war. Ich find's geil. Ich glaub, die haben auf irgendwelche Kommentare gehört, die geschrieben haben. Du kannst du das und das ein bisschen verändern. Weil, jetzt kann man ja, findet man ja auch Eisen unter Deck und nicht mal so wenig. Ja, aber der Terry Gang ist, du musst es jetzt aushalten. Weil oben nämlich zu spielen. Ja, das sind ja nicht mehr so viele. Wenn man eine Aufnahme macht, ich such den mal. Ich hab grad gedacht, ohne. Ähm, ja. Ich glaub, auf dem anderen Schiff. Ich glaub, auf dem da. Ähm, Kamau gibt's ein... Ist ein Verzauberungstisch. Wenn ich mich nicht recht irre. Müsste da ein Verzauberungstisch sein. Ich sag jetzt mal recht irre, ne? Also, ich weiß ja nicht. Und wenn ihr wollt, dass ich ein anderes Texturenpack noch benutze. Zum Spielen. Der Terrak, der benutzt ja keins. Also, der macht jetzt immer raus davor. Ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich bin jetzt nicht so der Freak vom Rausmachen. Ich spiel mit dem Texturenpack, mit dem ich will. Und, ähm... Welcher schreiben denn ein anderes Texturenpack? Dann schreib ich halt. Ich halt mich... Ich halt mich ran und guck. Wer ist das? Oh, das ist eine mit einer Eisenrüstung. Wenn ich so... Hinter dem ein bisschen her... Der... Ah, ich lege. Der legt ja nicht. Ich lege. Oh. Kuchen. Danke. Alter. Der... Guck mal, der droppt den. Ich stehe dumm. Lol. Okay. Das regt mich jetzt ehrlich ein bisschen auf. Ich werde da... Na klar. Unser Wasser kannst du nicht, Freundchen. Okay. Das kann man doch. Bum. Ich brauche was zu essen. Ich knagge hier mal was da. So. Ich schmeiße hier mal... Was raus. So. Wir haben noch... Ach, scheiße. Der Dockenbogen. Natürlich fragt es mich jetzt... Äh, frage ich mich jetzt... Wie viele Pfeile der hat. Ah. Daneben. Scheiße. Scheiße. Ah. So. Jetzt reicht's mir, Freundchen. Erwischt. Alter, ich kann nicht mal unter Wasser gehen. Oh. Jetzt hab ich dich erwischt, ne? Boah. Erwischt. Alter, das regt mich jetzt... Schon wieder auf. Dass es da so'n Fisch gibt. Alter, guckt euch diesen Fisch an. Ah, jetzt macht er aber auch so Fliege, ne? Wenn ich weiter unter Wasser bin, kriegst du mich nicht, so. Jetzt häng ich hier an dir... Alter, so eine... Der hat bessere Rüstung sogar wie ich. Und jetzt... Oh, Mann. Das regt mich jetzt auf. So ein Noob. Ne, oder? Jetzt fängt er schon wieder damit an. Du weißt schon, Freundchen. Ich komm hier raus. Ah ja, kill ihn. Kill ihn, Junge. Kill ihn. Freundchen. Alter. Scheiße, Lex. Dann schließen wir schon wieder welche Team. Okay, das war irgendwie klar. Sag mir nicht diesen Dreierteam. Das wäre ja übelst geil. Okay. Diese kleinen Missgeburten sind Dreierteam. Da hast du keine Chance. Oh, nee. Sag mir nicht diesen Dreierteam. Bitte. Diese Schwanzgeburten. Ja, ist klar, ne? Ist klar. Ist klar. Jetzt sind... Guck mal, jetzt sind die Dreierteam. Man wollte schon zweier Team und dann noch mit so einer Rüstung und dann komm da so... Ne, bin drin. Das regt mich jetzt gerade übelst auf. Sehr gut, bye. Okay, das noch ein Dritter. Ne, noch so einer. Alter. Irgendwie ist die Runde eh ins Gut. Jeder hat aber irgendwie ein gutes Zeug. Okay, jetzt können wir schon mal Tschüss sagen. Abu zu. Fick dich. Diese Drecksau, ey. Das Endbattle gucke ich mir jetzt noch an. Aber die war... Das war dieser Typi. Das war dieser scheiß kleine Freak. Mann, die waren... Mann, die waren jetzt Team. Alter, leck mich doch. Mal gucke ich mir jetzt mal an. Guckt euch das an. So... Das ist ein... Das ist ein... Das soll ein... Das ist ein YouTuber. Und die machen so ein fucking Team. Also das ist wirklich geil, ne? Also ein YouTuber, der mit... Der zu... Der ein Dreier... Dreier... Zweite... Der ein Dreier-Team hat. Okay, sorry. Das mit Fick dich war ein bisschen übertrieben. Oder Zweier-Team. Aber... Das regt mich auf. Also von einem YouTuber sowas erwarten, das ist... Das ist schon geil, ne? Also das ist... Das ist wirklich geil. Darüber rege ich mich jetzt gerade voll auf. Okay, diese nicht Team. Bei der Abu zu. Der regt mich auf. Komm, der soll jetzt sterben. Spring ihn um. Bring ihn um nachher. Wubi, bring ihn um. Wubi nervt mich aber genauso. Guck, jetzt kommt der andere kleine Freund von dem. Diesen Team. Diesen Team. Okay, äh... Wie heißt der? Abu zum... Also... So, mal gucken. Jetzt rennt er weg wie eine Mämme. Der... Jetzt rennt er... Geht er auf einen anderen drauf. Ja, das ist... Das ist typisch. Fast. Fredo. Das nennt man pedo. Der eine halt, erhaltet sich bereit. Wubi macht den jetzt fertig. Guck dich an. Wubi macht fertig. Und der andere kleine Scheiße greift an. So machen das YouTuber. So machen das YouTuber. Jetzt rennt der andere TV auch weg. Ja. Wubi, du machst den jetzt platt. Du machst den jetzt platt. Zeig ihm. Auch wenn du vorhin mich so beschissen angegriffen hast. Abo. Er regt mich auf, dass der... Er... Er... Also one minute. Du kannst... Du kannst one minute den Arsch reinschieben. Ich guck mir das Endbattle jetzt nicht an. Ich hab darauf keine Lust. Moment, guck ich mir doch nicht an. Leck mich nur... Woch. Nee. Jeweil war zwar eine schöne Runde. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Auch wenn das da... Blöde Tippen. Okay, der hat 22.000 Abonnenten. Ähm. Sorry, dass ich dich vorhin beleidigt habe. Also, falls du das Video guckst. Ähm. Ja. Tut mir halt leid. Aber insgesamt, ich find halt blöd, dass du Team gemacht hast. So hast du ein YouTuber schon. Und ich muss ehrlich sagen... Wenn ich ehrlich sagen muss, dann muss ich ehrlich sagen. Ich glaub, der ist nicht so gut im Kampf. Weil ihr habt ihr gesehen, der hat angegriffen, hat voll verloren. Okay. Jedenfalls war eine schöne Runde. Es wird eh nicht beginnen. Bis dann sag ich tschau. Tschau.